Die Autos setzen sich in Bewegung. Beiseite! Obwohl versucht, Ferrari in der Innenbahn zu überholen, aber er schafft es nicht. Hella liegt meint weit vorne. Ferrari löst sich von Off-Wood und nimmt die Verfolgung auf. Nein! Hier läuft Öl aus! Was ist das? Hella verliert Öl. Oh nein! Ferrari kommt ein Schlitter. Fische Tankluft liebe ich. Was kommt denn da auf mich zu? Ah! Hilfe! Hilfe! Holt mich hier runter! Was ist das? Off-Wood scheidet aus. Ferrari überholt Hella! Der dritte Platz wird vergeben an Off-Wood. Den zweiten Platz belegt das Team von Hella und der Sieger dieses Rennens ist Ferrari. Erster! 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 Kinder Nyack! Erster! Erster! Vielen Dank.